hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge warthunder heute ein arcade auf two towns zusammen mit dem freaky mts und dem jan 225 wie heißt er noch mal also mit dem jan zusammen noch drei zwei sieben fünf eins sechs genau fast auswendig und das war gerade der freaky hallo wie auch von gestern im video und ich bin hier der einzige nein ich dachte schon da ist der freaky wieder mit der hurricane ich versuche gerade gas zu geben und drück dabei auf dieses größer kleiner zeichen oh nicht gut da werde ich eh nie schiff benutzen für wir haben gerade eben schon eine runde mit dem setup gespielt auch er mit der hurricane und vier abschlüsse gemacht und dann sind wir vom server geflogen ja er wollte versuchen okay er wollte nicht okay ich bin ruhig lassen wir lassen wir ihn einfach ohne jack 7 67 tot ob 110 irgendwann hat er kann man auf mich geschossen weiß ich nicht was ist wo wir von der 10 tot bevor sie geschossen hat 87 ja das flugzeug manche nennen es overpowered ich finde es einfach awesome bow fighter auf stufe 5 mit meinen super decals drauf oh gott scheiß arz und sich auf also sind wir der 20 was macht sie denn schießt es auf dich wie süß da unten ist die g50 gott hätte er mit einer il 4 oder was oh die hat raketen geschossen was habe ich denn oh ich habe das ruder zerstört nur ernsthaft verdammt bruder zerstören bringt ja so viel il 2 gestriffen wow dat war die ko und kill assist ne kitty hawk hat gerade die kitty hawk die kitty lina gekriegt na ok die hat wohl den piloten raus geschossen il 2 soll ich dir da unten helfen oder kriegst du es alleine hin ok da mache ich mal weiter hier oben bomber jagt da hatte ich keine muniz auch mehr aber die musste da unten gehen oder ja genug schuss noch da noch nicht tf ist cool an der spitze jedenfalls einer ja ist ja egal wer wo das natürlich schöner ist auch keiner fliegt auf mich zu langweiler auch ich bin ja direkt über der gegnerischen wels jetzt müsste ich beide oben aber ich glaube bevor ich hier auf die ganzen gegner zu fliege ich erst mal mit einer sp2m könnte man theoretisch einen headrun machen denn nämlich keine frontgeschoss oder doch hat sie scheisse wow ok also auch im arcade niemals über die gegnerische anti air alter die sp2m hat mir gerade mit dem gunner einen flügel abgeschossen mir hat gerade die triple A flügel abgeschossen aber wenigstens der flügel nicht wie zweimal den piloten ist mir auch schon passiert beim jan kommt eine flak an achso er hat die ganze zeit ein flugzeug verfolgt und dann wurde er von der flak getroffen ich habe das dazu geschrieben ja nee er mit das zweite b bei dir wird eigentlich mit p geschrieben so hier schick die meine spitfire mark 2a wieder mit dem hörnchen drauf oh was haben wir denn da drüben eine p36 und eine sb mhm die gehen die auf die nur dazu fünf sechs vor allem eine p36 hit schade und nein das war gerade nicht einfach so knapp vorbeigeflogen das war ein wie hat ollie nee wie habt ihr gesagt ein typischer lavinza ein typischer lavinza genau entweder das oder auch mal im historical unter kollegen durchfliegen und das flugzeug vor ihm abschießen das ist auch ein typischer lavinza ja oder Screenshots einfach mit dem game machen ja das ist ja normal nur wenn dann neben einem ne so fünf meter neben einem ne andere la5 ist ah nicht gut da kann man dann auch mal die berühren what the fuck wo ist die denn ups ups erste geoverloat achte da ist jetzt wo die schießen jetzt mal hoffentlich ab hit wow sehr schick wow 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 wollte die mich gerade wegbomben crit ich habe irgendwas hinter mir könntest du mir mal helfen bitte ich bin gerade wieder gespawnt und du hast nur irgendwas mit b109 und mit b40 ah ok okay nur noch mit b109 und du fliegst das von mir weg mein schiepzeug ist schwarz ich bin nicht zu werden für mich war müde der perfekte wäre Kill assist mal 3 ohne bowfighter nächste Spitfire Ball get too close, okay Special delivery Achja Ja, damals ein Flugzeug Ich flog in der Flugzeug gerade zerstört Das ich damals sehr gerne geflogen bin Was hast du gerne geflogen? Die Spitfire Mark 1 Als ich damals Stufe 4 geworden bin Ich habe das Flugzeug geliebt Oh, ich fliege immer noch gern Oh Pass auf, P36G kommt rein Ah ne, das war Jan Wow Das war knapp Da sag sogar ich, das war knapp Bei mir ist aber auch gerade eine P36 reingekommen Aircraft Destroyed Und ich kriege immer noch Punkte Awesome Brennt wahrscheinlich noch, oder? Ja Das Frag brennt noch Deswegen kriege ich ein Crit und zwei Hits Die P36, ich gehe die P36 Brennen zu Boden Sturz Oh I16 verfolgt gerade einen von uns Und eine E Wow Wow, fuck Okay, ich habe gerade nicht auf die I16 geachtet Muss ich leider zugeben Mit dem Glück war es nur die gegnerische Ja, aber ich habe halt gerade dadurch meine Split verloren Und das ist nicht so nett Nein, das ist eher blöd So Okay Ich glaube ich bin ein wenig zu schnell Ja Ein paar Raketen mit Vielleicht kann man damit ja auch was zerstören Da ist ne TBF unten Ach, es ist wieder Jan Wo bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Ich sehe immer nur Jan Ich lande gerade Ah, okay Mein Motor ist rot und meine beiden Flügelchen rot Ey, wo ist sie denn? Ach da So, mal gucken ob ich ein Rocket Kill schaffe Naja, weit daneben Oh Auffassend, dass ich nicht meine eigene Crit? Irgendwas? Keine Ahnung Wow, da ist ne PE3 Äh What? Fuck Okay 50 Meter hinter ner TBF lang fliegen ist keine gute Idee Ich schmeiß die Flugzeuge heute weg Das geht ja mal gar nicht Oh Gott, da kommt der PE3 Oh Gott Ich will mein Flugzeug jetzt nicht verlieren Oh Huh Revenge Wenn ich einmal gettet ist, muss ich turnen und sie abschießen Da ist noch ne PE3 Zerstört Komm davon, wenn du welche auf dem Airfield abschießen willst Ja, Nachteil von Briten in dem Tierbereich, sie haben nur 7,7er Aber die hauen ordentlich rein Ja, es geht Oh, das ist schon 2,50 mehr weggeschmitten als ich Ja Und ich werde wahrscheinlich gleich ins nächste verlieren Wegen dieser PE3 Oh, ich hab sie zerstört Boah, ich hab sie zerstört Wie hab ich denn das denn gekriegt? Ja, ich lande mal Hier ist aber auch nichts in der Nähe, was ich jetzt wegpumpen könnte Oh, gewinnt Schreibt da einer? Ja, ok, er hat recht Er wird wahrscheinlich gewinnen So, Fahrwerk raus Aber ich werde ihm noch den Tag so ordentlich vermiesen, indem ich den jetzt abschieß Wo ist er denn? Ok, passt Da ist er Oh, ne Otsun Mit einer 37mm Oh Der will seiner SPD auf unsere letzten paar Bodensee gehen Ah, ich werde wahrscheinlich Unser Dass wir äh, unseren Luz auf dem Boden verbringen Aber der hat grad meilenweit daneben gebombt Und auch noch auf das Fallsch, auf Stationäre Und nicht auf die Schiffe Naja, der ist sich wahrscheinlich so sicher, dass er gewinnt Dass er sich gedacht hat, er kann nur noch Punkte farmen Oh, und ich geh da grad direkt vor dem wieder hoch Vor der SPD, das ist doch nicht clever SPD geht auch noch Macht das niemals bei nem Heavy Fighter Der kann doch so sehr gecritet sein Ja, jetzt hat er Es schläft doch nicht gut Ah, das ist ne SPD Ich dachte es wär ne SP2 Der hat jetzt auch Albträume Oh Gott So, dann fliegen wir mal wieder Oh, jetzt hab ich grad nen eigenen Nervisch glaub ich Und der dritte Dawn Sehr nice Und Jan fliegt grad mit ner Beaufort rum Hast Spitfire gleich nu? Ahaha, ja, nur weil er abgeschossen wurde Spitfire is awesome Ja Ich hab grad die Tag-Off Punkte gekriegt Spitfire ist gleich 6 CP Ehehah Hä heh Oh yes Ah, machen wir oh yeah Ahh Not OP Das war jetzt natürlich doof aber egal Jetsu! So, jetzt schießt man den mal mit der Hurrikan ab. Ich hab ne Falco hinter mir. Ja gleich. Oh, wir haben verloren. Ich hol's trotzdem noch drauf. What? Safeshut? What? Okay. Keine Ahnung, was der gerade geredet hat. Ach, so ne Runde müssten wir aber gewinnen. Ja, echt mal. Sechs Flugzeuge zerstört. Vier davon mit der Bowfighter. Sieben zerstört. Vier. Oh, sieben. Okay, dann hab ich jetzt am Ende nochmal einen Kill gekriegt, aber erst nachdem das Battle schon beendet war. Leider. Ich hab nämlich dafür kein Geld und keine XP gekriegt. Ich hab sechs mit der Spitfire Mark 1 abgeschossen. Awesome. Drei mit den Hurricanes. Haha, geil. Ja, mit den Hurricanes hab ich... Ein mit der Hurrikan MK1, das war die... Äh... P3. Und ein mit der Spitfire MK1. Und vier mit der Bowfighter am Anfang. Aber das waren jetzt... Ja, ne knappe Viertelstunde. Das reicht jetzt erst mal für die zweite Folge. Also... Hauen Sie rein. Ciao.